Ja meine liebe Freunde und damit wieder ein Hallo und Willkommen zurück hier zur nächsten Folge hier vom Projekt Dragons Dungeons & Space Shuttles, ja wo wir immer noch in der Nacht stecken und ja hier fleißig am Rödeln sind, ähm, und äh, dieser komische Klops da hinten, dieses Grüne etwas schließt mit, äh, Erdblöcken nach in der Nähe kommt, also, ja, ich sollte hier bleiben und überhaupt, hallo, was ist hier Bluton oder was, nö, ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt hier Bluton, aber es ist irgendwie so viel los hier, das ist ja aber Wahnsinn, so, egal, ähm, wir haben das, wir haben das, wir machen jetzt, erst mal, die wieder und, so, wir kommen ja gleich so, zack, boah, diese Geräuschkulisse mit diesen komisch schlürfenden, ähm, was? Momentchens mal, wo muss ich denn, warum kann ich das denn und so nicht, ach, er will es oben haben, das ist klar, ach, der liebe Herr will es da oben haben, na gut, so, da haben wir nämlich das, das packen wir da rein, haben wir jetzt Bronze, aber das wird, glaube ich, nicht ganz reichen, alter, was geht denn jetzt ab, ach, es wird getan, ach, es wird getan, ach, es wird getan, okay, so, 31, ähm, die Tanks hatten wir fertig, ähm, äh, dann lass uns mal zwei Faucets bauen, die ging ja noch so, genau, so, äh, jetzt brauchen wir für den Karsten, braucht wir noch einmal so viel, das heißt, uns wird wohl Kupfer und Zinn ausgeben, denke ich, äh, genau weiß ich nicht, wir werden es mal, und da draußen brennt alles, yay, oh, manch, der dicke Klopft sich gar nicht mal so, ähm, 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 jetzt ist er nicht mehr grün, jetzt ist er, was, grau, ne, jetzt, aber er schießt immer noch auf einmal, ne, BTF, okay, okay, wow, so, 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 Trotzdem beide zu schnell. Hut ab. Dankeschön. Muss ich jetzt, ehrlich gesagt, nicht unbedingt. So, wir müssen gerade mal gucken, weil wir haben dort das Fettig gehabt. Also der, der Curryreis und ein Dingens. So, haben wir nämlich dieses Fettig. Genau, haben wir die Schiene auch fertig. Jetzt müssten wir, ja, mal, ach so, wir brauchen, egal. Das haben wir. Konzentrieren wir uns mal, wir haben sogar jetzt vier. Oh, da fehlt uns ja dann bloß noch eine Platte. Äh, zwei Platten. Das werde ich zu kriegen, das ist aber schön. So, weil dann können wir den Geschmarr so, so und so. Und, äh, da haben wir nämlich diesen schönen Casting-Table. Schon mal fertig. So, und irgendwie muss ich hier gerade mal etwas loswerden, sonst wird das zu Fülle. Hier im Inventar. So. Ähm, gut. Den Casting-Table haben wir. Wir brauchen jetzt den Casting-Bin. Da brauchen wir nochmal drei. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal rechnen, rechnen, rechnen. Äh, du kriegst vier raus. Das heißt, das sind zwei. Okay, also das Ding einmal. Also vier Kupfer und vier Kupfer und zwei Zin. Nee, dich aus mir. Ja, Schäfchen, alles gut. Ähm, wir wissen's. So, vier Kupfer. Alter, da bleibt dieser Troll jetzt einfach. Mit seinen 20 oder 25 Leveln hier hat. Ja, moin. Auf jeden Fall bleibt er da stehen. Damit ich da überhaupt nicht mehr weiterkann. Das finde ich sehr sozial für ihn. Das hat das tun. Aber Brot haben wir diese Gravelle haben wir hier weg. Den Gravelle hier weg. Ja, gut. Achso, wir haben ja, warte mal. Ich hab heute gesehen, wir haben doch... Dingens. Haben wir noch EFZ? Nein. Ja, moin. Ähm, ich warte mal, irgendwas an Abelbung. Aber frag mich schon mal, wo. Und vor allem... Kriegen wir den jetzt einfach mal so. Ach da, jawohl. Ja, Alter. Alter, was macht ihr von Affentanz hier? Oh, was ist das? Den ersten hab ich. Der zweite hat aber ein bisschen mehr. Da werde ich wohl... Nein, aber den kriege ich auch irgendwie noch. Wenn er will, dass es eine Rüstung da oben füge. Oder wenigstens ein Teil davon... Oh, Alter. Oh, Gott, ist das hässlich. Rückwerbstehen und mich sehen. Überlebens. Okay, weg. Guck. Oh, stopp. Na ja, gut. Und hier noch ein Lapis Lazuli-Helm. Wow. Der hat HP... Ja, der hat mehr. Gut. So. Hätten wir dies. Immer diese epischen Kämpfe. Das ist ja toll. So, wo hatte ich denn letztens Äpfel gesehen? Sag mal. Ich weiß doch, ich hatte letztens schon Apfelbäume gesehen. Oder bin ich jetzt schon... Apfelbäume. Meine Höhe. Um das nur, um zwei Äpfel zu kriegen. Ich kann es spüren, ich habe doch schon mal Äpfelbäume gehabt. Oder? Ha. Lalala. Das sind alles... Das sind Cherries. Also, die will ich nicht haben. Hier sind bloß Sprucewood. Toi. Die epische Suche nach einem... Apfelbaum. Man kriegt normalerweise auch Äpfel beim Felden von Bäumen. Aber... Irgendwie... Das ist das da oben. Das habe ich ja auch nicht gesehen. Das sehe ich gerade so aus dem Arm. Warte mal, da muss ich mal gerade hin. Also, das muss ich mir jetzt mal von der Nähe umgegutachten. Okay, da kommen wir nicht hoch. Das ist ja so ein mega komischer Baum. Ähm... Ich habe das gerade so gesehen. Was ist denn das? Das sieht komischer aus. Vor allem diese Bäume sehen so geil aus. So, so, so verästet, so verzweigt. So wie sich das gehört. Ähm, wo ist es denn hin? Vorhin habe ich es gesehen. Wo ist es? Wo war der hier? Wo war der? Hallo, Häschen. Natürlich, auch das Häschen hat Durst. Toll, dass er verhält. Ähm... Wo war das hier? Bin ich jetzt schon blind? Ich habe doch gerade hier was... Oder... Äh? Oder waren es nur die Bäume, die ich gesehen hatte? Scheinlich, ne? Schade. Ich hätte gedacht, hier war noch irgendwas anderes. Äh, was? Ja, okay. Was auch immer ich jetzt hier... Äh, warum habe ich jetzt so viel XP gekriegt? Ach ja, die Suche nach dem Apfelbaum. Yes. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Weil egal, was das da gerade war, was ich gesehen hatte. Es sah komisch aus. Ja. Doch. Da oben. Aber was ist das? Da. Kein Plan war da das. Auf jeden Fall sieht es eigenartig aus. Da ist ein Spawner drin. Auch nicht verkehrt. Ach genau, wo war denn eigentlich? War nicht hier irgendwo auch ein Spinner? Ach genau. Dann würde ich mir da auch noch angucken. Oder bin ich jetzt schon wieder... Was auch immer diese komischen Traps sollen. Also diese komischen Fallen, keine Ahnung. Habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Äh. Irgendwie sehe ich hier gerade keine Bäume. Zumindest keine Apfelbäume. Was die Sache irgendwie nicht gerade einfacher gestaltet. Na gut. Da drüben sind mehr Spruce. Und Spruce punkten nicht viel. Weil meistens als Spruce Bäume sind keine Apfelder. Und die Todespunkte muss ich mal irgendwann mal filmen. So. Also hier waren zumindest schon mal keine. Eieieiei. Apfel. Und es wird Nacht auch schon wieder. Ist es denn euer Ernst? Ja. Es ist so. Dann müssen wir mal da rüberschwimmen nachher. Weil ich habe das Gefühl, ich habe doch vorhin so einen Spinnbaum gesehen. Oder war das gestern? Boah. So, wie sieht es aus? Die vier sind fertig. Machen wir noch die zwei. Och. Ja. Da haben wir wenigstens schon mal einen halben. Äh. Die halbe Schmelze. So halbwegs zumindest. Oh manne, 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 mann. So. Ähm. Der komische Mortal and Pastel. Bums. Und Bums. 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 Also, ja. Schon ein bisschen merkwürdig diese ganzen Monster hier. Wann sind sie da? Wann sind sie weg? Ähm. Egal. Die will... Wow. er suchte nach okay also können die sich also sozusagen auch selber versuchen das klingt gut dann muss ich mir keine gedanken machen was ich das machen muss ja guck mal haben wir hier vielleicht irgendwo mal einen apfelbaum das boot sieht lustig aus so da hinten sind pflaumen dran aber pflaumen wollte ich gerade nicht ich brauche doch nur zwei erpfehl oh gott da hinten ist schon so ne mutterspinne geh weg frau mutterspinne ich mag sie nicht weil sie sind so belastend wollte ich sagen da sind doch also wo sind es an diesen kürzen es hätte ja mal klappen gehen also es kann doch nicht so schwer sein 1 2 sie sobald ich die die äpfel habe die zwei äpfel zu sehen die bei mir auf vor haus hier ist ja jetzt hier sieht es ja schön aus irgendwie verarscht mich das spiel gerade weil das sind über das kurschen ich will keine kurschen ich will äpfel aber gebt mir äpfel ich brauche äpfel au mh genau nein nicht das schöne crowd verarbeiten ach ich habe nichts dabei irgendwie ist das immer so bei mir so also wenn ich jetzt hier keine äpfel habe dann haben wir aber ein tisch das problem also gut was heißt problem aber ich würde schon gerne die quest abschließen das dahin sind wieder kurschen die hatten wir vorhin glaube ich sogar schon das ist doch alles zum mäuschen melken gehen wir mal weiter nach da hinten vielleicht einmal blöd wow was ist denn hier los brigade ähm da kommt er denn da raus das ist schlecht so gucken ob sie wieder rauskommt weil ich kann die jetzt auch nicht da brauchst du mal ein mal den apfelbaum meister und dann kriegst du wieder das ist mobbing ich hab's immer gewusst das ist mobbing oh gott ähm ja nein wenn's nicht unbedingt sein muss möchte ich da eigentlich nicht ich weiß nämlich nicht ob du ja ob der mir was tut tust du mir was weil wenn ja habe ich ein problem also ich möchte jetzt nicht unbedingt sterben das wäre mir jetzt mal nicht ganz so recht ok also er fliegt über mir heißt aber noch nicht dass er mich angreift so was ist das das ist ein da 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 ok nein will ich nicht ich würde ja gerne mal dort vorne in diesen Tempel gucken aber wenn dieser komische flugdrachen über mir fliegt äh nein lieber nicht ich sehe es schon kommt ich krieg heute wieder kein kein einsisten apfelbaum zu sich es ist doch nicht wahr so selten wenn die durchziehen betrachten sind m m und wie ihr seht es gibt also hier auch schon mal drachen sagt der Name von Matt Böttchow nur eigentlich hatte ich nicht gedacht dass ich so schnell drachen sehe äh 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 äpfel sind hier mangelwaren gibt es hier noch normale bäume dann müsste ich mal einen normalen baum kleben weil meistens droppen die nämlich eher äpfel vielleicht komme ich hier jetzt mal ich habe keine spitzacke mehr ich habe aber keine spitzacke mehr ich kann eh nicht ist er denn er ist weg ich glaube zwar nicht ganz dran dass er weg ist aber er ist weg okay es hätte ja klappen können dass man apfelbaum findet aber irgendwie mhm gerade dann wenn man sagt mhm könntest du doch mal fertig kriegen da kommt natürlich kein kein apfel auch so so schande das schöne ist die Bienen stechen hier nicht so extrem wie im incontinuum wo du dann aber fortslang gestochen wirst so das heißt wir lassen erstmal Apfelbaum Apfelbaum sein und kümmern uns erstmal um ja ich weiß nicht irgendwas äh so haben wir nochmal drei platten sehr schön ähm haben wir noch genug davon ne wahrscheinlich nicht das war das war 13 betreut nicht wo doch reicht okay haben wir den Kasten für die in das für dich auch weiter also die Schmerz Geräusche beziehungsweise die abreißgeräusche das ist ja sehr der 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 den der 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 jetzt muss man überlegen wir brauchen wir brauchen den controller und der ach ja stimmt leister elektrolite ach guck an man kann das so herstellen ist die kak ja natürlich ein breiter den ich jetzt auch schon bauen kann nein eben nicht gut das heißt also wir werden wohl oder übel in der nächsten folge beziehungsweise wahrscheinlich werde ich das zwischen den folgen machen muss ich wohl mal nach redstone aufs schau halten eventuell weil wir haben den drain haben wir noch nicht ach siehst du gedacht einmal kompressen stone das ist also auch gut das heißt also wir brauchen gut das müssen ja auch noch stimmt um wie viel Cobblestone habe ich denn noch die werbe habe ich ich hab zwei hinsicht der eeklite oder keine ahnung wie man das ding ausspricht und es wird schon über nacht pengehen pengehen und ja dann lassen wir das mal noch durchbrennen hier das dauert eh und dann würde ich sagen das war es dann erstmal hier von der folge wie gesagt ich hoffe es hat euch wieder spaß gemacht und ihr seid beim nächsten mal wieder mit am stopp und bis dahin sage ich mal tschüssi kopf geht es später haut rein ciao ciao